Der Tuss Erntebrück ist nach dem Sieg gegen die U23 von Borussia Dortmund nah dran an den Nicht-Abstiegsplätzen. Am Samstag ab 14 Uhr kommt mit dem SC Wiedenbrück ein Direktorkonkurrent in die Pulverwald-Arena, der nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat als die Elf von Florian Schnornberg. Beim TSV Steinbach hat der Trainerwechsel noch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Die nächste Gelegenheit zu punkten ergibt sich am Samstag ab 14 Uhr beim Auswärtsspiel in Walldorf. Die Sportfreunde Siegen belegen zurzeit den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen und wollen auch beim Auswärtsspiel in Paderborn weiter punkten. Die Reserve des Zweitligisten belegt zurzeit den 14. Tabellenplatz. Anstoß im Paderborner Sportzentrum Breitbruch ist am Sonntag um 14 Uhr. Am Freitagabend um 19.30 Uhr tritt der TUS Erndbrück 2 in der Westfalen Liga beim Kirschhörder SC an. Die Kirschhörder stehen zwar auch auf einem Abstiegsplatz, haben aber schon sieben Punkte mehr auf dem Konto als die Müller-Elf. Also heißt es für die Erndbrücker Verlieren verboten. Der Tabellenführer aus Karl-Marienborn hat am Sonntag ab 14.30 Uhr den Tabellendritt in Westfalia Herne zu Gast. Die Schützlinge vom FC-Coach Thorsten Nehrbauer könnten also einen weiteren Konkurrenten bei einem Sieg auf Distanz halten. Am 12. Spieltag der Bezirksliga 5 reist der SOS Niederschelden zum Kirschberg SC. Nach der Niederlage im letzten Spiel darf man gespannt sein, was das Team des Trainerduos Stoffel-Schmidt im Stande ist zu leisten. Die Germania aus Salchendorf wartet seit dem Amtsantritt von Thomas Scherzer auf den ersten Sieg. Dieser soll möglichst beim Heimspiel am Sonntag gegen schwächelnde Ottfinger eingefahren werden. Der 1. FCK Marienborn 2 spielt im Kellerduell beim TUS Grünen Baum. Dabei ist für die Kenner ein Sieg Pflicht, um nicht den Anschluss an das untere Mittelfeld zu verlieren. Das Spitzenspiel steigt in Lüdenscheid. Rot-Weiß Lüdenscheid empfängt die Fortuna aus Vornberg. Die Partie beginnt um 15 Uhr. Die SG Hickengrund hat's spielfrei. In der Kreisliga A kommt es in Dahlbruch zum Verfolgeduell des FC Hilschenbach gegen den FC Kreuzzahl und der Siegner SC hat die SG Siegend Gierstbeck zu Gast. Beide Teams brauchen unbedingt einen Sieg. Einen Neuanfang gibt es beim FC Grün-Weiß Siegen. Nach dem Rücktritt von Stefan Münchow wird Sven Reimann, zumindest für die nächsten zwei Partien, die Mannschaft betreuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017